Hey und willkommen in einer weiteren Folge und wie ihr im Titel seht, ich gehe das allererste Mal und das offiziell, das aller allererste Mal in meinem Leben Chaos-Arena. Ich war wirklich noch nie drin. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich durfte mir eben im TS anhören, als ich sagte, was für Kanonen. Anscheinend kann man irgendwie Kanonen da kriegen, frag mich nicht. Waren alle ein bisschen entsetzt darüber, dass ich noch nie in der Arena drin war und dementsprechend hole ich das jetzt nach. So einmal ins kalte Wasser springen und ich habe mir noch die Anweisung gegeben, dass es in Boothys-Arena ist und ja, dann machen wir das jetzt mal. Ich bin richtig positiv gespannt. Oder auch nicht. Oh Gott. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mega Schiss davor, weil ich weiß, es ist acht Leute, also insgesamt acht Leute, jeder gegen jeden. Es gibt häufig Leute, die teamen. ETC, ETC, ETC. Huch, da möchte jemand ein Duell. Nicht ein Duell direkt vor der Arena, das ist blöd. Weil ich habe Cooldowns und so weiter. Und jetzt ist sogar der Entry, das heißt, hätte ich eben angenommen, hätte ich wahrscheinlich den Entry verpasst. Das wäre richtig bescheiden gewesen. Ich kann gerne gegen den nach der Arena machen. Ich hätte gerade fast auf die Aufnahmetaste gedrückt, was die Aufnahme beendet hätte. So, Nummer drei kommt rein, Nummer sechs kommt rein, gegen, also, oh Gott. Ich kenne ja nicht mal, das sieht aus wie das sind Pande. Pande dieses, oh Gott. Also, auf jeden Fall, Klerika ist drin und wir schauen erst mal auf die Karte. Oh Gott. Äh, Details zu machen, Details zu, Details zu. Niemand muss sehen, dass ich aufhi bin. Details zu, Details zu. Da. Bestätigen, ja. Der Kleriker hat den Baden da im Target, der Bader hat Anti-Silence. Ähm. Wie mache ich mir das am besten? Also, für mich am gefährlichsten wird der Sock. Wieso habe ich so eine krasse Baden-Arena? Äh, so eine SM- und Stoff-Arena, das ist richtig viel. Ähm. Okay, machen wir das mal einfach. Wir marken möglichst nach den Nummern. Das ist für mich vier, das ist für mich fünf. Ähm. Das ist für mich drei. Bitte nehmt noch mehr ans Target, das ist für mich zwei. Ich würde noch gerne, mir fehlt noch ein bisschen was. Wo sind denn die anderen? Ach, es gibt ja auch noch Seiten-Arena. Okay. Also, wir gehen erst mal auf Steuerung 1. Es sind hier anscheinend ein paar AFK dazwischen, um ehrlich zu sein. Seht ihr das? Es sind ein paar AFK dazwischen. Äh, Steps müssen wir noch einblenden. So, oh, oh, oh. Gut, dass ich das gerade gemacht habe. Ich habe noch nicht den Schmuck ganz angezogen. So. Äh, wir gehen erst mal auf den SM, der mir da... Der wird mir ein Instant 4 ins Gesicht drücken. Das ist natürlich blöd. Wir gehen auf diesen Kleriker hier. Ne, dann hat der mich akkro... Och. Entscheidungen über Entscheidungen. Ähm. Range-Informationen ziehe ich mir mal ein bisschen weiter rein. Also, wie gesagt, der da, weil der wahrscheinlich das weicheste Target sein wird. Es gibt viele, die sich hier nicht buffen. Da vorne ist ein Satan-Junior. Fünf wird also Ank definitiv stärker sein. Ja, das sind die Überlegungen, die ich alles so vor einer Arena habe. So, wir gehen jetzt auf den da volle Kanne los. Der geht zwar auf den Kleriker, aber wir gehen auf ihn. Da sind Punkte. Da sind... Da sind Mobs. Drei ist auch Havka. Ich bin Platz 1. Scheiße. Zwei ist auch Havka. Scheiße, ich habe die Guardians. Sind die schwer? Machen die vier Schaden? Machen die sehr vier Schaden? Hallo, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich glaube, der Kleriker greift mich nicht an. Vorsicht, Kleriker. Ich helfe dir mal. Ich brauche die Steuerung 1 da. Kann es sein, dass ich... Okay, die 1 ist auf jeden Fall auch aktiv. Das ist ein anderer SM. Der mich jetzt geführt hat. Wo bist du? Oh Gott. PvP-Tab benutzen. Genau, PvP-Tab. Da. Du bist der, den ich brauche. Wieso mache ich das? Es ist immer sinnvoll, den Höchsten mit dem Höchsten Punkte zu jagen, weil der am meisten Punkte gibt. Der ist auch Havka. Seht ihr das? Ich habe... Hier sind zwei Gegner. Der SM und der Kleriker. Scheiße, scheiße. Irgendwie lag das bei mir. Scheiße, ich muss Instance-Sails benutzen. Okay, easy. Easy pop easy. Ich glaube, ich verrecke jetzt halt noch. Ist aber nicht schlimm. Ich bin nicht Platz 1. Das heißt, er kriegt nicht so viele Punkte. 6 ist meine 5. Ist, glaube ich, ein Zorg gewesen, wenn ich das richtig weiß, weil 4 war der Kleriker. Oh Gott, Leute. Das ist definitiv stressig hier. Ne, das ist ein Bade. Ein Bade ist auch da. Okay. Gut zu wissen, dass ein Bade da ist. Wir machen mal eben hier die 1500 Punkte. Wenn die anderen nach hinten alle rumgucken, machen wir mal eben hier die Punkte. Wechselt man die Arena? Ja, man wechselt die Arena. Da vorne läuft jemand rum. Der ist da nach links gegangen. Den werden wir uns mal eben snacken. Das ist die 4. Okay. Warte. 4 hatten wir uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir den nicht angreifen. Das heißt, wir schnappen uns hier den hier. Ihr braucht einfach Freunde. Ihr braucht sie, also greift sie nicht an. Denn ihr könnt nicht alle machen. Sucht euch jemanden raus, mit dem ihr bis zum Ende teamt und am Ende killt ihr ihn. Aber hart. Also ihr müsst ihn wirklich dann hardcore killen. Ihr habt dann keine andere Gelegenheit, als dessen Feind zu werden. Und zwar der tiefste Feind, den es überhaupt gibt. Falls ihr jemals mit mir in eine Arena kommt und ich euch vorher nicht angreife, wenn ihr Platz 1 seid, am Ende werde ich euch töten. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich töte euch, ohne mit der Wimper zu zucken. Außer ich kenne euch wirklich. Dann lasse ich euch leben. Aber ansonsten, ich töte euch. Ähm, ich muss nachher noch den anderen SM finden und den töten. Ich glaube, das ist nicht die letzte... Wieso kriege ich so übelst viel Schaden? Diese PvE-Mops sind echt heftig. So, dieser SM da vorne wird der einzige sein, der mir noch irgendwie die Arena streitig machen kann. Deswegen gehe ich auf ihn. Da vorne ist er. Ja, ja, das sind eh noch Arena... Zwei werde ich jetzt auch aufgehen. Ne, eins. Definitiv auf die Eins. Was ist das denn für ein Schild, was er hat? Och, komm schon, Bade! Der Gladi hatte mich halt gerade... Nein, 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 nein! Das ist unfair. Das ist mega unfair. Wenn du mich nämlich... Okay, ich bin wieder aus der Suppe raus. Ja, ich bin... Ich wurde trotzdem durch die Suppe gekillt. Das ist saue unfair, weil du wirst durch die Suppe gefährt und kriegst von der Suppe Schaden. Das ist richtig unangenehm. Die Sechs ist die Fünf. Der Bade da vorne macht auch einen guten Job. Ah, da, 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 da bist du. Gut, dass ich die gerade auseinandergefährt habe. Das wäre sonst echt scheißig geworden. So, jetzt töten wir erstmal ihn. Nein, er hat einen Full-Heal benutzt. Woher hast du den denn her? Ich sollte mich echt mit diesen... Oh, iket. Wieso greifst du... Was bist du für ein Vollidiot? Wieso greift dieser Bade mich an? Ich bin Platz 3. Das ist Platz 1. Platz 1 bringt es mehr. Bist du zu... Psch. Er ist so bescheuert, um die SMs zu ordnen. Oder er teamt mit dem. Weil das ist nicht sinnvoll. Platz 1 gibt die meisten Punkte. Also wenn jemand Platz 1 tötet, greifst du Platz 1 an. Aber da er jetzt wieder auf den Kleriker geht, gehe ich davon aus, dass die Teamen... Scheiße, ich bin runtergefallen. Ich bin tot. Kann ich mir jetzt so weg, das bin? Ich bin tot. Man kann es sich nicht weg, das bin. Das hat die Frage geklärt. Ich habe gerade... Uppala. Ich hatte das Mikro gerade reangezogen. Sorry. Ich hatte gerade alles dafür geschmissen und das hat nicht funktioniert. Was bist du für ein komisches Schild, was der hat? Invasion has been increased. Okay. Und woher kriegt man das? 2? Ne, stopp. 5, 5, 5, 5, 5. So war es von auf die 5. Scheiße, der hat ja... Entschuldigung. Oh, dieser SM nervt so übelst. Wieso fokust der mich so hart? Und wieso fokust jemand diesen da? Jetzt mal ehrlich, wieso fokust dir jemand? Das ist Platz 1. Oh, wenn das gleich jemand von Loki dazwischen ist, ne? Dann schreibe ich dir ernst, aber bist du bescheuert, oder was? Fokuse die 1. Immer die 1. Niemand andach, nur die 1. Scheiße, ich komme nicht hoch. Doch, ich komme hoch. Jetzt greift der Sorg mich auch an. Ich glaube, es hackt. Ja, mach ruhig einen ungecoverten Silence. Das ist oft genug. So covert man. Nein, 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 nein. Oh, jetzt ernsthaft. Er hat mich halt wieder durch die Suppe geführt. Bitte, bitte keinen Schaden durch die Suppe. Ja, covern kannst du ihn auch nicht, weil Arschloch benutzt Celatopods. Ja, ist okay. Hä, ich habe 5 Kills, woher das denn? Was soll man? Ich sollte auch Celatopods für so eine doofen Arena benutzen, ey. Und da über meinen Schatten springen, dass ich sie einfach unfair finde. Egal, die letzte Arena entscheidet alles. Und ja, ich bin verdammt gestresst und richtig aggro. Deswegen ist dieses einfach nichts für mich. Okay, da sind Tore. Da ist ein Tor zum Anklicken, was 500 Punkte gibt. Das ist aber oben. Äh, irgendwas hat es gemacht. Es macht Dodd-Schaden auf untere Etage anscheinend. Ich greife mal kurz die 3 an. Bringt die 3 irgendetwas? Oh Gott, 3 ist ein zweitnetzer Platz. Egal. Will ich nicht. Ähm, 1, 1, 1, 1, 1 hat mich im Target. Wer ist der nächste? 5. 5, 5, 5, 5, 5 läuft hier vorne. Okay. Greif den Waden an. Das steuert mich nicht. Ich möchte auf dich. Komm her, komm her. Bleib stehen. Danke sehr. Wo ist meine 1? Da hinten. Und der konzentriert sich auch. Wieso greift mich jemand an? Greif den da an. Oder die 1. Okay, sie gehen aufeinander los. Bitte geht. Greifen die sich jetzt anders. Och, komm SM, lass mich in Ruhe. Du Gottverkackter Kacknug. Ich greife jetzt kurz mit dem SM dann an. Um jetzt ein Masphir rauszuhauen. Er macht auch ein Masphir. Nein, er hat nicht Masphir gemacht. Perfekt. Och, komm schon. Jetzt ernsthaft. Du bist... Der ist der Letzte. Und greift mich noch an. Oh, ist das nervig. Oh, und der kommt jetzt natürlich vorne, weil dieser SM natürlich mich fokust. Und nee, er fokust nicht mich, er fokust die Punkte. Dumme Punkte da. Wieso setze ich jetzt auf den denn? In-Sphir, bin ich bescheuert, oder was? Hör auf, nicht zu fokusten, SM. Ich glaube, es sagt echt. Der Kleriker da macht es richtig. Fokust du den, der den höchsten Rang hat. Und den machst du. Und nicht... Och, dieser Kack-SM. Tut mir leid, aber langsam pisst es mich an. Wieso, wo ist die 3 und wieso ist der so down? Äh, es nervt. So, wir müssen den da angreifen. Siehst du, dieser Kleriker hat die Planung. Der hat echt die Planung. Och, ich hab mir den Z4 abgekriegt. Wehe, das war von diesem... Drecks-SM. Gladdy, hallo, bist du bescheuert, oder so? Ich bin Platz 3 und ich... Habt ihr diese Arena überhaupt mal einmal vernünftig gespielt, hä? Wart ihr mal einmal Glory-Arena? Och, Platz 1 fokussen. Nicht Platz X. Ja, und Platz 1 kommt dann natürlich easy mit von. Warte, äh... Du bist... Doch, du bist... Ist mir jetzt egal. Ich muss nämlich meinen Punkt sichern. Und eventuell kann ich mit ihm auch nochmal ein paar Punkte machen. Denn wenn jetzt Platz... Also, Platz 4, auch Arena... Ja, das meine ich nämlich. Wenn er jetzt einen Kill macht, muss ich ihn hier töten, um wieder über ihn zu kommen. Easy. Oh Gott, nein, 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 nein. Du bist eh Platz 1, ich lass dich. Ich... Ich... Geh weg. Sorry, aber ich kann dich das nicht anklicken. Das nicht... Ich möchte das nicht. Ähm... Lässt du das wohl sein. Du killst mich hier nicht. Nein, 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 nein. 4-Strikes, okay. Okay, es sind nicht viele Punkte Unterschied. Och nein, ich bin gestorben. Damit bin ich Platz 4. Ah, das ist... Das ist aber auch das Problem. Wieso? Weil der Gladdy hat's nicht verstanden, der eine SM hat's nicht verstanden. Okay, der Afkala eh nicht. Und der Bader auch nicht. Das ist... Man tötet den... Wie eins! Ernsthaft? Ernsthaft, Huna? Ernsthaft? Ich hab dieses Kleid erkannt. Okay, okay. Ist okay. Aber ernsthaft? Wieso hat er mir das nicht gesagt? Dann hätte ich ihn nicht angegriffen. Oh Gott, hättest du mich nicht anpingen können. Ich hab das Kleid echt erkannt. Er hat nicht gerade angeschrieben, wieso ich auf ihn bin. Gebt mir mal einen Moment. Ich möchte mal eben kurz mit ihm darüber quatschen und ich... Sorry, Huna. Oh Gott. Ey, bitte, das schwarze Kleid ist doch... Ja, ich hab das am Ende, ist mir das aufgefallen. Ganz am Ende. Aber da war ich einfach nur... Ich wollte meinen Punkt zum Kleriker sichern. Und was waren das für Vollidioten? Ja, auf die 1. Ich war Platz 1. Ich war Platz 2, Madame. Ja, du warst an mir am nächsten. Deswegen hab ich dich angegriffen. Ich bin dem extra hinterhergerannt. Ich bin nur noch... Ernsthaft 4. Nein. Nimm mich um. Nein, KBA. Soll ich dir was sagen? Das hat damit zu tun, weil mich dieser andere, der kleine SM und dieser nervige Gladdy, die waren die ganze Zeit auf mir. Ich weiß nicht, was die von mir wollten. Ich war da Platz 3. Ja? Und ich denk mir, Alter, 5 Meter, da vorne, der SM. Bitte, Fokus, den und nicht mich. Oh Gott. Wollen wir nochmal? Klar, ihr Quest aufgeben erstmal. Ja, ihr Quest aufgeben. Ah, das war... Ja, ich komm mir gar nicht wieder zusammen. Aber das war halt super nervig gerade. Ich war da und dachte mir... Ja, wir hätten zusammen ein Team können. Ja, ich hab... Du hättest mir jetzt echt schreiben müssen. Ich meine, ich hab den offensichtlicheren Skin. Kleiner SM mit Cowboy-Hut. Ja, mir ist das ja auch... Mir ist das ja schon aufgefallen, dass er es denn da... Ja, wieso hast du wirklich dich im TS angeschrieben? Ich hab dich nicht mitbekommen, ja? Ich hab das nicht mitbekommen, dass du das warst. Ey, guck dir das doch an, das ist doch auffällig. Ich hab deinen Skin nicht gesehen. Echt nicht. Ich hab das nicht gesehen. Hast du schon angemeldet? Ja, ich hab schon angemeldet. Okay. Ich hab dich schon erkannt in der ersten Arena, wo du auf der Treppe standest und mich angegriffen hast, kurz bevor... Ich hab dich nicht erkannt. Ich hab dich nicht erkannt. Wirklich nicht. Ich hab das nicht gesehen. Oh Gott, mir tut das so leid. Wir hätten easy Platz 1 und 2 sein können. Oh, nee. Ah ja, ich hatte nämlich eben in der Folge gesagt, ich töte grundsätzlich, selbst wenn ich mit jemandem teame, den dann am Ende Platz 1 sein, Unterschied, wenn ich die Leute kenne. Ja, da ist was anderes. Ich lass ihn gerne auf Platz 1. Ich mein erster Großgeneral und nicht ich. Er braucht die Glory Points. Ich mach das nur aus Schass-Verfahren. Äh. Ah, okay. Das erste Setting war eine Mischung aus dem, was hinten in Pande ist und Atma, oder? Hast du auch Entry? Ja. Okay, dann haben wir gemeinsam Entry mit Ingenieuse. Oh, ja. Wollen wir den fertig machen? Der kann nichts. Also, der hat, dafür, dass er auf die 5 hat, hat er kein Gier. So, also ich bin drinnen. Ich müsste bei dir Nummer 3 sein, glaub ich. Oh Gott, du bist bei mir nicht, Renner. Ich hab Etatech, Templer, Templer, Gladi, Gunner, das wird er sein, Zorg. Einer fehlt noch. Ich bin am Arsch. Okay, oh Gott. 2 Jäger und ein Kanto. Weißt du, ob Ingenieuse eben voll TP war? Keine Ahnung. Okay, ich weiß es auch nicht mehr. Du bist 5. Ich bin am Arsch. Du bist 1. Ne, 2. Ähm, 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 ähm. Ja gut, ich würde dann sagen, dann gehe ich wieder, damit wir uns beide konzentrieren können. Oder ich schiebe dich wieder. Gut, Gott sei Dank. Okay, wohin willst du? 1, 2, okay. Tschüss, tschüss. So, jetzt habt ihr auch nochmal eben schnell Huna mitgehört, der dann, ja, dumm, dass man nicht mitbekommen hat, dass, dass, ich hab's wirklich nicht gesehen. Dass er auch mich nicht so weit das realisiert hat im TS angeschrieben hat, ne? Ich bin im TS. Aber nein. Ja, ist blöd gelaufen. Und, äh, das müsst ihr nicht böse nehmen gegen Ingenieure, aber, ähm, ich hab mich einmal behauptet, ich hätte überhaupt gar kein strategisches geschickt und seitdem bin ich ein bisschen pissig. Steht doch bei mir auf der Blogliste. Hm. Ja. Weil ein schlechter Gunner, der kein PvP kann und ein Gunner, der nicht ein einzelnes Target auseinandernehmen kann ohne Gear, also das Target, der kann mir gar nichts sagen. Ja, da bin ich ganz schön pissig. Ähm. Eins scheint noch afk zu sein. Da hinten ist die für uns vier, fünf und sechs. Wo bist du? Da hinten ist auch nochmal ein Sock und, okay. Äh, wir werden hier erstmal auch so auf die in der Mitte gehen, die drei. Wieso, wieso hast du dich noch nicht gehealt, drei? Jetzt mal ehrlich. W-w-w-worauf wartest du? Naja. Gut. Lass uns, wir, wir lassen mal ganz eben die aufeinander stürzen. Ich möchte, dass die Templer ihre Pull-Sachen auf die drei ver- Easy. Die fokussen die drei. Gut, das nehmen wir so dankend an. Wir fokussen die fünf. Nein, wir fokussen nicht die fünf. Die fünf hält viel zu viel aus. Wir fokussen die zwei mit. Jetzt gehen wir auf die drei. So, und jetzt lassen wir die fünf hier an den Dots, an den Ads sterben. Gehen hier hinten auf den Afkada, weil das viel angenehmer ist. Oh Gott. Müssen die Ads echt mir hinterher rennen? Scheiß PvE nebenbei, ey. Oh, komm. Ja, blöd. Ich wollte mir da von dem Mob Leben ziehen, aber leider war ich dann schon systemtot. Blöd, 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 blöd. Die sieben, den da vorne wollte ich eigentlich noch marken, aber wir wissen, der Sok ist Afkada. Vielleicht stirbt er gleich sogar noch. Das wäre ganz cool für uns. Die zwei ist da vorne, okay. Genauso wie die fünf. Wir machen einfach mal ein bisschen mit Schaden. Die zwei ist weiter oben, also külten wir erst die zwei. Die fünf ist uns eigentlich noch egal. Oh Gott. Wieso machen diese Mobs so ultra viel Schaden? Warte mal. Kenne ich nicht den Skin der fünf? Nein, 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 nein. Nein, ich dachte gerade, da sah es so ähnlich aus. Wir müssen auf jeden Fall die acht töten. Die acht ist der Jäger. Da ist ein Jäger drin. Ich habe den Jäger noch nicht gesehen. Ich habe den Jäger noch nicht gesehen. Ich habe den Jäger noch nicht gesehen. Okay, die drei ist. Die drei ist die vier. Ist egal. Ist unter mir, aber naja. Soll sie ruhig sein. Ich werde hier hinten den, wer auch immer das ist, töten gehen. Wieso? Ach, hier sind Heidmobs. Moment, Moment. Wir machen mal eben kurz die Mobs, weil mich das einfach stört, dass ich ständig irgendwelche Mobs akkroziehe. Es ist wirklich wie eine Mischung aus Atma und... Oh Gott, der macht aber Schaden, der Butler. Kann man sich hier echt mit PVE hochboosten? Räuft. Das funktioniert ja vor easy mit PVE. So, die Eins ist AFK genauso wie die Sieben. Das heißt, es bringt eigentlich nichts, ihn zu töten, aber ich kann hier den Raum clearen, was es wiederum sehr ruhig bringt. Da vorne sieht es aus, als wäre eine Kiste da und da kriegen wir die coolen Sachen her, die der eine mal eben hatte. Das heißt, wir holen uns die Kiste. Wieso sind hier überall welche im Heid? Sind die im Heid oder spawnen die in dem Moment? Kann mir erst jemand beantworten? Und ja, ich rede sehr schnell, aber auch nur, weil ich voll gestresst bin. Ach Gott, die geht. Ernsthaftes Kackteil. Ähm, wir sind Platz 1. Ist auch vorderkeh so. Noch ist es nicht so wichtig, ob wir jetzt 1 oder sonst was sind. Der Jäger hat uns doch nicht in seinen Fokus genommen, was definitiv gut ist. Ich möchte den Jäger immer noch marken. 5, 5, 5, 5, 5 ist meine 4. Wieso warst du noch nicht gemerkt, Junge? Du bist 6. Wo ist der Jäger? 2 machen wir mal eben. 2 ist nämlich Platz 3 und gibt dementsprechend gar nicht so wenig Punkte. Beziehungsweise, wir finden ihn an, ob er jetzt gleich stirbt, ist nicht meine Sache. Ähm, so hier vorne sah es aus, als wären da Punkte und zwar sehr, sehr viele. Ich glaube, wir haben es vor dem. Ja, wir haben es vor dem. Easy. Easy GG. Und wieso bufft sich dieser... Ganz ehrlich, wenn das Ingenieuse ist. Junge, wieso buffst du dich nicht? Ich weiß echt nicht, wo dieser Jäger sein soll. Also, die 3 hat auf jeden Fall Gier. Nur ist halt echt nicht gut. So, und jetzt beim nächsten Mal legst du dich bitte gegen jemanden an in deiner Stärke. Danke sehr. Tschüss. Moment. Jetzt. Danke fürs Zientemplar. Ähm... Lass mir den laufen. Der ist mir eh egal. Der gibt kaum Punkte. Wer ist denn in meiner direkten Range? Vor dem Jäger habe ich, um ehrlich zu sein, doch Schiss. Nee, nee, nee. Der ist hier vorne. Der ist hier vorne. Und... Mist, der Jäger ist AFK. Oder hat Dex. Weiß ich nicht. So oder so. Er gibt mir viele Punkte. Och, ernsthaft. Steepfeil. Steepfeil, Junge. Bitte. Muss das sein. Wir müssen jetzt gleich noch die 5 töten. Nein, 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 nein. Oh, du Depp. Wieso hast du ihn das machen lassen? Huch. Das wollte ich gar nicht. Ich habe aus Versehen den Falschen irgendwann ausgewählt. Lassen wir den weitermachen. Äh, hier oben ist die 3 drauf. Haha. Das ist Indigenöse. Ich erkenne den Skin. Am besten läuft der Sok einfach weiter. Danke sehr. Resist. Also der Sok auf mir. Och, komm schon. Muss das sein. Du nervst doch nur. Ach Gott. So, weiter auf ihn. Wieso fokust der den Eter durch? Der gibt doch gar keine Punkte mehr. Moment. Nee, nee, nee. Du nicht. Jetzt werde ich dich fokusser. Was kannst denn du? Ich hatte heute erst eine Arena gegen einen... Ey, jetzt mal ehrlich. Leute. What? Geht hier ab? Das war schlecht von mir. Das war noch viel schlechter. Das geht schon wieder. Nein, 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 nein. Meine Punkte. Danke sehr. Und tschüss. Okay, be over and out. Die 4 scheint AFK zu sein. Die 4 ist meine 5. Die kann ich lassen. Äh, 5. Gibt nämlich mehr Punkte als dieser... Ganna. Och, ernsthaft. Ungecoverter Silence. Junge. Welches... Welches Level bist du? Hä? Was bist du? Bist du ein Offi 5 oder eine... Was schon? Hä? Bin Offi 2 und du hast mich als schlecht bezeichnet. Ja, ich bin heute toxisch. Aber richtig. Er hat mich damals als richtig schlechten Spieler bezeichnet, dass ich kein Können habe und kein gar nichts. Und jetzt verreckt er so erbärmlich und kann nicht mal ein Cover Silence drauf machen. Ich meine, hallo. Cover Silence. Das kann jeder. Vor allem als Ganna. Ja. Stirbst mit Recht. Warte, ich greife ihn nochmal an, um nochmal Punkte abzukassieren. Aber... Die 5 müssen wir gleich nochmal mit drauf gehen. Die 2 ist egal. Aber die 5 brauchen wir auf jeden Fall... Okay, da haben wir nochmal Punkte. Och, komm. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Hab da keinen Nerv jetzt drauf. Äh... Ach. Muss das sein, 2. Kostet mich nur Zeit. Und ich dachte schon, die Arena wird schwer wegen den Gegnern. Also Templar Templar ist total ekelhaft. Eigentlich. Das sind 500 Punkte davor, ne? Ich glaube, ich komm hier rüber. Oh Gott, nein. Haha, das war mein Tod. Ich explodiere jeden Augenblick. Das war eigene Blödheit. Ich glaube, ich hätte da... Von oben kann man da locker hin. Von unten nicht... Habe ich damit meinen Sieg aufgegeben? Nein, habe ich nicht. Ich habe einen 7000 Vorsprung. Easy. Ähm. Och, komm. Jäger, mach wen anderes. Och, wieso? Aber jetzt muss man mal... Oh, jetzt geht er auf den Jäger. So, ich muss meine 5 töten. Okay, die 5 ist tot. Ist sie jetzt tot? Ist er tot? Jetzt ist er tot. So, ich muss meine 3 töten. Wie zum Henker schaffst du es, so mal hochzukommen? Ah, da hast du das Snoop-Schild drauf, deswegen. Ist halt so, man nennt es so. Das ist nichts gegen ihn, das Snoop-Schild ist halt nur dieses Starter-Shit. Och, Leute. Stört mich nicht beim Töten. Die 5 ist auch sehr nervig. Dieser Typ hat was drauf. Also der ist definitiv nicht schlecht. Der weiß, was er zu tun hat wegen PvP. Och, musst du mich jetzt angreifen, Sorg. Äh, klick so. Ah, er folgt mir gar nicht mehr. Wieso? Jetzt, jetzt kämpfen die da alle gegeneinander. Und ich hab keine Ahnung. Gott, ich möchte Punkte von der 3 abkriegen. Weil die 3 eh wet ist und irgendwie... Ich glaub, ich mach nachher noch Emot gegen ihn. Nichts gegen ihn, ja? Also, okay, eigentlich schon. Weil er vom Persönlichen her so scheiße war. Vom spielerischen zwar auch, aber... Ich glaub, ich schreib den nachher an und schreib bitte beim nächsten Mal Covern. Oh, guck mal, was hab ich denn? Ah, warte, 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 warte. Da. Burst nicht. Ja, ich hab gerade die Zunge rausgestreckt. Ich glaub, das mute ich raus. Das Hide-Ding kann man hier echt kriegen, das wusste ich gar nicht. Ah, der hat leider meinen Shit nicht gesprochen. Ist vorbei. Erster. Und ich dachte, die wird richtig schwer. Ja. Ingenieuse, ich wusste es. Gut. Wollen wir mal schauen, ob wir angeschrieben werden? Hm. Ich schreib mir an, das Rollen beim nächsten Mal, glaub ich, sinnvoll. Nein, das hört sich einfach so toxisch an. Aber ich mein, ihr hört, dass ich es auch bin. Aber da müsst ihr mal kurz differenzieren, okay? Wie ich im Let's Play rede, ist ein gewaltiger Unterschied. zu dem, was ich Spielern schreiben würde. Du denkst, du bist bereit für dieses Konzert? Ich denk, du bist bereit für dieses Konzert? Ich kann nicht alles schreiben, was ich sagen würde. Genauso würde ich... Ich sag dir jetzt offen, was ich gerade denke. Und das ist... Er ist ein schlechter, aber richtig schlechter Gunner. Und er hat den Offi 5 nicht verdient. Also er hat den Offi 5 nicht... 0, gar nicht verdient. Hat er nicht. Meiner Meinung. Ist halt so. Okay, das gibt eigentlich ganz gut Medals. Naja, gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei weiteren Renen vielleicht. Ähm... Ah, er hatte eine Eke auf der Arena. Äh, und... Joa, bis denn! Dann! Vielen Dank.